Du hast Zeit für mich. Was willst du denn? Ich muss auf Toilette, weil wenn du kommst, da brauch ich mich nicht anstellen. Du hast es schlimmer als den Zweikampf. Insel Fieber-Oberhausen, wie geil ist das denn? Ja, gleich geht's mal runter. Ich befürchte, das ist richtig Attack of Fun. Also, alle für Malle, ab geht's. Ich bin motiviert. Ich werd' euren Häusen was kurz hier. Der Geistbock ist raus. Der Geistbock ist raus. Aber was ist euer Mannschaftsschlachtruf? Wir sind zu blau für'n Mannschaftsschlachtruf. Kennt ihr den nicht? Das ist Uwe, der Trainer, Mann! Die Franzi und der Uwe. Wir werben uns dieses Jahr für Just Dance. Haben sie dich bei Naked Attraction rausgeschmissen, oder was? Wo soll ich ein Kreuz hinmachen? Hier, oder was? Brüder im Geiste. Bunte Haare. Endstufe. Wenn nicht mal mit Holland-Fans. Ich wollt's noch nicht mal machen, das ist wunderbar. Oder sie sind bei der Müllabfuhr, wir wissen's nicht. Du bist ja so Typ Niklas Süle. Und ich bin ja... Ja, ist ja so, das muss man ja sagen. Im Alter geht's nicht mehr nach oben, sondern nur nach vorne. Bums, nur Kreisliga. Kai Havertz haben wir hier. Das ist ein bisschen verwandelt. Geil. Weiter geht's so. Wunderbar, ne? Dick ist er geworden, der Havertz, ne? Jetzt wie dick ist? Ja. Nein. Was ist denn dein Top-Hit auf Malle, Franzi? Sag mal. Nur kurz sagen, du bist ne junge Legende. Das ist Mario Gomez, ne? Ne, junge Legende, ich glaub's nicht. Waren zwei Fehler im Satz, jung und Legende, aber ist egal. Immer saufen, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Boah, wat? 43,5 Grad, ey. Ich glaub ich hab Inselfieber. Ihr auch? Dann hab ich was für euch. Sportwetten.de präsentiert. Alle für Malle. Wir schicken euch zum Mallorca-Closing. Krieg Flügel gebucht, Hotels. Das alles für eure Mannschaft und ich bin auch dabei. Wat müsst ihr machen? MyFavorito-App. Runterladen, registrieren. Sportwetten.de Community suche. Ein Foto von eurer Mannschaft hochladen. Tja. Und dann seid ihr fast schon dabei. Also. Alle für Malle. Attacofund. Kat, Uwe. Hä? Hast du auch gesagt, dass sich nur Mannschaften bewerben können? Wat willst du denn? Ja sicher, du Blitzbierner. Hab ich doch gesagt. Wenn du Tennis einzeln spielst, dann brauchst du auch kein Foto hochladen, ey. Manchmal denk ich hier aber auch echt. Ja. QR-Code hab ich gescannt. MyFavorito ist schon runtergeladen. Bild. Ich mach da mit. Das ist eure Entscheidung. Aber die komplette Mannschaft für umsonst ne Malle zum Closing. Hör mal, ich versteh die Frage jetzt nicht. So. Wir machen jetzt Uwe-Camp. Wir sind jetzt Backstage. Das ist ja nicht ganz offiziell. Ich seh heute aber auch aus. Schalke ist auch nicht so kennenzulernen. Guck mal, hier. Da sind die Warnstars. Guck hier. Hier kommt das Veranstalter. Aha! Veranstalter. Guck mal. Ganz kurz erwischt. So auf nem kurzen Dienstweg ist er da. Ja. Markus Krampe. Das ist der Punkt. Ja. Ja. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist Julian Rath. Überall. Geiger. Echt vor. Echt vor. Echt nur hinter mir. Guckier's mal. Echt geprägt. Echt geprägt. War gut. Ich hab das gemacht, was ich mir eigentlich so vorgestellt hab. Anwalt und Befolge. Und viel cool. Trainer war happy. Nach dem 2, den er drin war, hab ich auch gemerkt. Entspannt sehe ich. Nagelsmann. War drauf. Und nach dem Bank zum Längel. Auch als Kupeck-Klubikagent. Wir hatten Spaß gestern. Mach mal weiter. Mach mal weiter. Ist richtig geil. So, Tag. Insel wie bei Orsahol. Super, du geile Sau. Danke. Finde ich auch. Guck mal, das ist geil. Ich auch. Du musst deine Favorit-App runterladen. Das ist durchgelaufen durchs Bild. Machen wir einfach nochmal. Kein Problem. Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Inselfieber, oder? Hammer. Shit. Können wir so senden. Das ist jetzt auch eine scheiße Damen. Kack-Drecks-Kopfhörer. Nee, super. Jetzt ist er kaputt. Du musst halt mal sagen, wie das hier vom Ton her ist.